Und willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschafts-Emilator 2015 Gold Eats 2. In der letzten Folge sind wir die Stinge beamt und wir werden jetzt hier die Folge abfressen. Ich muss sagen, dass ich eigentlich nur so schön aus 10 kmh. Ach du hättest auch nicht. Ich bin auch so schön gewesen. Ich will 7 kmh. Das führt ja wohl nicht anders. Leider klautzt aber 1, 2, 3, 4, 7, 7 Spur sind es ja nur. Und daher haben wir gar kein Problem, sich mit dem Konto wieder vergessen zu setzen. Das war echt Spaß. Dann müssen wir auf jeden Fall diese Folge schaffen. Auch noch wegfahren. Wenn nicht, muss ich halt ein bisschen länger überziehen. Machen wir davon nichts. Überhaupt nicht. Wäre bloß so problematisch dann. Ein bisschen länger zu machen dann. So. 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 Das können die letzten Corona-Fanken sein. So können die Garage zu machen. So sollen die Freitags-Folgen. Allgemeine Verlängerung von Videos� преждеht machen, weil den 2. Spielen sind schon lange genug. Aber das anderen ist zu lang. Meils題 sind es mal. Daher... Oh, man hat übertreibt. Schauen wir trotzdem noch gut voran. Bleib mal gerade stehen und dass der Ball gerade weg ist. Was vielleicht auch blöd aussieht. Verstärken nicht, warum ich keine einzelnen Vorbeinpressen habe. Viele andere, die können das. Die hat auch die Presse, der hat keine Probleme. Mit dem Hortix hier drin alles. Die Erweiterung. Ich gerne, ich verstehe nicht. Welche Dateien muss ich auch mal verschieben? Nix. Das ist absolut nix. Ich verstehe jetzt so ein paar Reichen. Nein, war nett. Jetzt sind wir hier jetzt gleich wieder zersprungen. Ich bin hier mal schnüttelndraht. 5, 10, 10, 8. Ich muss das irgendwie kleiner bringen. Das ist auch nix. Das ist kein Weg dann vorbei. Ich bin hier mal. Ich bin hier mal dafür viel. Wo sind wir im Moment? Wir sind bei 1, 5, 6, 9. Eins, Fünf, Neun, Sechs Tonne ist das hier, ne? Das ist auch zwei Liter. Schau da, wie viele Liter sind es eine Tonne? Was können wir hier schon einbauen? Diese Literangaben hier. Einballen, die sie keinen Zahn haben. Egal, wenn sie nicht fliegen. Aber das war auch falsch berechnet hier, glaube ich. Weil hier jemand berechnet hat sie, dass die Zonnen wieder nicht fliegen. Die Liter und Tonnen haben. Das verwirft einen so dermaßen. Keine Ahnung. Zum Beispiel so der Titel. Im Ball ist hier keine Fünf Tonnen. Da muss man zuhören, dass das Fünf Tonnen berechnet. Garde. Und die Wäsche mal eigentlich. Guck. Ach, zwei. Zahn mal jetzt ein, V. Fünf. Sechs Euro. Durch. Dort nicht mal, Fünf. Baum. Dann siebtausend, neun und achtzig Euro. Ein Ball. Ganz normal, 36, ja, 287.000 Euro. Quatsch. Da hat keiner da wieder oben auch mit Stimmen, ne? Irgendwann überhaupt nicht. Aber dementsprechend, was hier jetzt angehen wird, Liter und Tonnen, ist hier gleich gesetzt. Eine Tonne gleich ein Kilogramm. Ein Kilogramm, ein Liter. Circa. Aber er hat auch schon gehört, da haben wir so viel Geld zu 5000 Liter bekommen. Da haben wir 8000 Liter bekommen. Und jetzt müsste ja, müsste der Pluton hier sein. Das ist... Keine Ahnung. Aber das ist ja oberv. Aber so der must extend oberv. Manchmal gepatcht. Ich glaube nicht. Das machen wir doch mal aus. Ich mache jetzt so lange, bis das hier das Ding dann fertig ist. Das wäre jetzt wieder am Big M, ne? Das wäre jetzt wieder am Big M, ne? Das wäre jetzt wieder am Big M, ne? weil ich die Kasse dran machen wollte. Das ist dann mehr und dick noch wollte, naja. Manchmal hätte man auch so gehabt. In Leonholt. Mein Mensch. inquisitiere nicht das mal so. Aber hier geht's auch mal nach. und da hat auch Detalles Das ist ganz froh, lieber zu sein. Mach ich gleich noch kurz zu. Schusser. Komm, wird viel schneller. Die Locken fahren. Er ist bei 16 Ballen. Verwehren haben wir jetzt einen Krieg zurückzusetzen. Aber noch eine Aktion. Wer hat hier alles? Es ist unnütlich der Zeit, weil ich schon alles... ... ... ... ... ... Das ist die erste Fall, das ist die erste Fall. Einfach gut durch die Tides, weil solche weil ich nicht mit GPS fahren kann, wo sie bei einem GPS Smartphone haben, dann wird es eine Spielerei Eichler verbraucht nicht. Ne, weil es ein Stillstand ist, oder nicht. So, danach muss ich Polerichser. Dann wohl die letzte Spur wird sich eingermaßen besser gehen, weil das hier keine ganze volle Spur ist. Da habt ihr ein bisschen was fehlt für die volle Spur. Egal, so was für uns. Zeit raus, das ist schnell, schnell, schnell. Ja. Vollgas. Spuren. Aber wirklich eine langere Folge werden heute. Wie gesagt, da haben wir keine Videos mehr. Da ist cope. Ja gewstellung. Ladefah, vielleicht gucken Ladefah innen, das ist gerade Das ist der Schubpastel, der Ladewagen nur. Das ist der Press noch. Der Tisch ist hoch. Oh man, was dauert. Was heißt Sparren? 23 Schulen sind es, ja. Oh man, sieht in deinem Haus, ja. Muss ja fast. Es sind einige Ballen-Gauss über meinen Tisch. Aha. Oh man, das wohl immer so langatmig sein würde, ja. Aber ich kriege einfach nur Kosten. Warum, warum kriege ich hier keine 1,5er Ball? Das Raum schrumpft mir nur auf 1,4 zurück. Vielleicht schluss das. Hmmmm. Guck mal eine New Burner. Ja. Das ist ja heute neben. Upsa. Wo sind die Verdammten? Hm. Wo sind die Verdammten? Wo sind die Verdammten? Hm. Wie ja, ich trage die Verdammten. Eine volle Nachführung. Was kommt runter? Wir entwickeln... wir haben jetzt mal 10 wird wir noch haben. Einmal ein bisschen Eis für mich. Ich hoffe, da sind wir auf einmal in einer halben Stunde. Ich möchte es eigentlich nicht haben, aber das gilt jetzt nicht wahr. Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Ich müsste eigentlich auf die 630 wieder kommen. 637, 13 Spannung. Aber man müsste bis zu 10 Ballen rauskommen. 623, 660, doch 4. 6 Ballen da, hier 4. Ich konnte noch lernen, dass die 630 Spannung. Ich konnte noch mal sagen. Fressen aber noch nicht an, wenn man noch freckig fressen. Klar, das gute Klass macht mehr als die Fresse, aber trotzdem müsste man von freckig werden. Normalerweise. So, ich müsste auf der Spur, auf der letzten Spur packen, aber auf der zweiten Eikammer müsste man eigentlich schneller fahren. Aber ihr könnt doch nicht die ganze Scheibe füllen. Normalerweise. Ich bin jetzt, dass wir warten. So, ich muss mal die Spur. So. 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 So knapp zwei Kameras schneller fahren. Das ist auch ordentlich an für sich. So mal spannend. Wie will ich jetzt hier noch raus gehen? 32 hat es noch. Ein Ball. Obwohl ich mir gerade gleich ein Band hier zurückgesetzt hatte. Wir müssen aber jetzt noch drei Ball rauskommen, dann würde ich mal 36 schwimmen. Ohne den jetzt hier. Ich nehme noch einen. Ich nehme noch bei 36, ich nehme noch bei 36, ich nehme noch einen Ball hier und zusammenkriegen. Ich nehme noch eine Fügel-Wan-Ire aus von der Bar. Perfect. So, das ist die Bar. Ich nehme noch den Rest noch. Lassen wir die Deichen hier stehen, wir müssen noch was schwulst werden. Hinten rein. Aha, ich muss heute schon offen machen. Du kannst einfach mal hier hinten ein hohes Kaspel hier liegen haben jetzt. Vielleicht haben wir auch noch ein paar. So, jetzt muss man wie gesagt noch grad weg fahren, sonst tut mir leid, dass das so eine lange Folge ist, aber ja. Ach. Passiert schon mal. Jetzt ist es schneller. Ich habe keine Zeit. Ich habe mich noch mit einer. So, wo muss ich jetzt aber sehen. Einer. so auf das bahn hänger müsste ich da rechts stehen ich bin nicht lange so unterwegs jetzt jetzt machen wir die schnee rüber ich muss mich mal noch aber schon mehr als die drüber ich muss sie mal die zeit nicht so lange vor zum beispiel wasser gemacht das ist die nächste folge ich hatte so viel eingebaut ist das auch der auslöffel also 37 sparen das ist nicht so ein bisschen schneller als wie fassen da da 46 bei der rieche noch drauf und der beste Die großen Hände. Zwei, drei. Weitermachen. Normalerweise kann man noch lange hier oben drauf machen. Normalerweise. Ich bin zu nahe nach 25 Standards. Muss ich nicht haben. So, jetzt müsste ich den Rest hier hinten drauf gehen. Ja. So. So, einmal rauf, einmal runter und dann knallt es ab. Ich bin so spät dran jetzt. Jetzt müssen wir nächste Woche gucken. Das sind kein Flugsteller nächste Woche. Aber uns wird das Geld kaufen. Je nachdem wie der Raps aussieht. Preis nicht gesehen. Da können wir dann gucken. Wurde auch noch was kaufen. Dann schauen wir mal. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Man weiß ja nicht. Ich bin auch ein Stern. Ich hab mir jetzt gar schon 50 Minuten gehabt. Scheiße. Ich hab heute auch nicht mehr. So was. Auch du meinst, du kommst mit. Aber. extremer Situation dazu. Erfordern extremen Maßnahmen. Oder natürlich jetzt die Zwischenschmacht. Cut machen. Aber das mache ich jetzt nicht. Hier. Lieber das jetzt hier an einem Stück. Ja. Jetzt hab ich noch eine Fallbahn. 1 durch 3wahl. Hier der letzte. Treiber mal 4. Wir. Ich bin da hinten an zu sehen. Kommt denn jetzt schon wieder her? Ist doch. richtig schützt Spätig bin ich jetzt über 30 Minuten, vermute ich mal. Blut sind meine BGA ja schnell gewesen, dann lasst du auch alles stehen und liegen bis zur nächsten Folge. Du musst auch fast nicht ins Wasser fahren und kannst die Bahnen verlieren. Blut ist immer da, komm gib Gas, ich habe keine Zeit mehr. Guck mal Gas. Das ist keine Geschwindigkeit. Wir brauchen 100. Geht Knall Gas. Gib 8 raus. Ich will als Krücke da. Naja, was sonst. Wir kriegen jetzt genug Geld. Haben glaube ich jetzt gleich 40 Minuten überschritten. Haben wir also doch, haben wir doch noch eine Samstagsfolge. Ne nachdem, wenn ich halt jetzt hier doch mal länger zu lange brauche, weil ich vielleicht auch zwei Teile draus machen. Ich weiß auch nicht. Komm mal wie lange ich jetzt hier überschritten habe. Wir brauchen aber was hier bewischen. Kein zweites Mal jetzt. ja so 30.000 wunderbares brauche ich mir New Holland so erledigt heißt also wir können für den Kredit was wir jetzt also von dem Kredit was wir für ein bisschen von dem Gämmen für den Raps und Krümmern bezahlen nächstes Jahr werden wir dann im New Holland hier machen und das ist ja schon wenn wir jetzt so schweren Trecker haben dann würde ich sagen wenn es gefallen hat schau doch mal wieder in zwei neue Folge von Let's Play Montag 29.000 Let's Play Landwirtschaft Resolator 2015 Gold Y-Style Ciao